Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seht ihr mal die neuesten Vergleiche. Ein guter Backofen ist ein unverzichtbares Gerät in jeder Küche und Samsung hat sich als einer der führenden Hersteller in diesem Bereich etabliert. Mit ihrer innovativen Technologie, stilvollem Design und einer breiten Palette an Funktionen bieten Samsung Backöfen eine erstklassige Kocherfahrung für Hobbyköche und Profis gleichermaßen. In diesem Video werde ich euch die 7 besten Samsung Backöfen vorstellen, die durch ihre Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit beeindrucken. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Das erste Modell ist ein hochmoderner Backofen, der mit seinen zahlreichen Funktionen und Merkmalen das Kocherlebnis verbessert. Mit einem beeindruckenden Garraumvolumen von 76 Litern bietet dieser Backofen ausreichend Platz zum Zubereiten großer Mahlzeiten. Egal ob Sie eine große Familie haben oder gerne für Freunde kochen, dieser Backofen bietet genügend Raum für Backbleche, Bräter und andere Backutensilien. Der Backofen ist in die Energieeffizienzklasse A plus eingestuft. Dies bedeutet, dass er energieeffizient arbeitet und Ihnen hilft Energie zu sparen. Durch die Verwendung dieses Backofens können Sie Ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Das Modell verfügt über zwei verschiedene Selbstreinigungsfunktionen, Pyrolyse und Dampfreinigung. Bei der Pyrolyse-Funktion erhitzt sich der Backofen auf eine sehr hohe Temperatur, um Rückstände und Verschmutzung im Garraum zu verbrennen. Anschließend können Sie die Asche einfach abwischen. Die Dampfreinigungsfunktion hingegen verwendet Dampf, um festsitzende Verschmutzung aufzuweichen, sodass sie leicht entfernt werden können. Bei der Reinigungsmodi machen die Reinigung des Backofens mühelos und zeitsparend. Zusammenfassend bietet der Backofen mit seinem großzügigen Garraumvolumen, der hohen maximalen Temperatur, der Energieeffizienzklasse A plus, den Selbstreinigungsfunktionen und der benutzerfreundlichen Bedienung eine hervorragende Kochlösung für jeden Haushalt. Das nächste Modell ist ein leistungsstarker Backofen, der mit seinen praktischen Funktionen und seinem modernen Design überzeugt. Mit einem großzügigen Garraumvolumen von 76 Litern bietet dieser Backofen viel Platz für die Zubereitung von köstlichen Mahlzeiten. Egal ob Sie für eine große Familie kochen oder gerne für Gäste backen, dieser Backofen bietet genügend Raum für Backbleche, Roste und andere Kochutensilien. Der Backofen erreicht eine maximale Temperatur von 250 Grad Celsius. Diese Temperatur ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Gerichten zuzubereiten, von knusprigen Braten bis hin zu perfekt gebackenen Kuchen und Keksen. Zusätzlich steht Ihnen ein Touchscreen zur Verfügung, über den Sie verschiedene Funktionen und Programme auswählen können. Die Kombination aus Drehreglern und Touchscreen ermöglicht eine intuitive Steuerung und eine präzise Anpassung des Backofens an Ihre Bedürfnisse. Egal ob Sie ein erfahrener Koch sind oder einfach nur Ihre Lieblingsrezepte ausprobieren möchten, dieser Backofen bietet Ihnen die Leistung und die Funktionen, um köstliche Gerichte zuzubereiten. Das Modell ist ein innovativer Backofen, der mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner Benutzerfreundlichkeit beeindruckt. Mit einem großzügigen Garraumvolumen von 75 Litern bietet dieser Backofen ausreichend Platz für die Zubereitung von Gerichten in größeren Mengen. Egal ob Sie eine große Familie haben oder gerne für Gäste kochen, dieser Backofen bietet genügend Raum für Backbleche, Roste und andere Backutensilien. Der Backofen erreicht eine maximale Temperatur von 275 Grad Celsius. Diese hohe Temperatur ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Gerichten zuzubereiten, von knusprigen Pizzen und Braten bis hin zu perfekt gebackenen Desserts. Der Backofen bietet eine bequeme Bedienung. Sie können die gewünschten Einstellungen mithilfe der Drehregler vornehmen. Zusätzlich steht Ihnen ein Touchscreen zur Verfügung, über den Sie verschiedene Funktionen und Programme auswählen können. Das nächste Modell ist ein hochmoderner Backofen, der mit seinen vielseitigen Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Bedienung beeindruckt. Mit einem großzügigen Garraumvolumen von 76 Litern bietet dieser Backofen ausreichend Platz für die Zubereitung großer Mahlzeiten. Der Backofen ist in die Energieeffizienzklasse A plus eingestuft. Das bedeutet, dass er energieeffizient arbeitet und Ihnen hilft Energie zu sparen. Mit diesem Backofen können Sie Ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Der Backofen verfügt über zwei verschiedene Selbstreinigungsfunktionen, Pyrolyse und Dampfreinigung. Zusammenfassend bietet der Backofen mit seinem großzügigen Garraumvolumen, der hohen maximalen Temperatur, der Energieeffizienzklasse A plus, den Selbstreinigungsfunktionen und der benutzerfreundlichen Bedienung eine hervorragende Kochlösung für jeden Haushalt. Dieses Samsung-Modell ist ein innovativer Backofen, der mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem modernen Design überzeugt. Der Backofen erreicht eine maximale Temperatur von 275 Grad Celsius. Durch die Verwendung dieses Backofens können Sie Ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Dank der effizienten Isolierung und der optimierten Heiztechnologie bietet der Backofen eine hervorragende Energieeffizienz ohne Kompromisse bei der Leistung. Der Backofen verfügt über zwei verschiedene Selbstreinigungsfunktionen, Pyrolyse und Dampfreinigung. Mit dem Modell erhalten Sie einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Backofen, der Ihnen dabei hilft, köstliche Gerichte mit Leichtigkeit zuzubereiten. Egal, ob Sie ein erfahrener Koch oder ein Hobbybäcker sind. Dieser Backofen wird Ihren Anforderungen gerecht und bereichert Ihre Küche um eine praktische und moderne Komponente. Das Gerät ist ein hochwertiger Einbau-Backofen mit einer Vielzahl von Funktionen, die Ihnen ein erstklassiges Backerlebnis bieten. Mit einem großfügigen Garraumvolumen von 50 Litern können Sie problemlos verschiedene Gerichte zubereiten, egal ob Sie backen, braten oder grillen möchten. Mit einer maximalen Temperatur von 275 Grad Celsius, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Speisen genau nach Ihren Wünschen zu garen und Ihnen eine knusprige Textur zu verleihen. Dank der hohen Energieeffizienzklasse A+, können Sie Energie sparen und gleichzeitig umweltfreundlich kochen. Er verfügt über eine praktische Selbstreinigungsfunktion, bei der Dampfreinigung zum Einsatz kommt. Dadurch können Sie den Backofen leicht reinigen und Zeit sparen, da hartnäckige Verschmutzung und Fettreste effektiv gelöst werden. Die Bedienung des Backofens ist einfach und intuitiv. Sie können zwischen Drehreglern und einem Touch-Bedienfeld wählen, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Dies ermöglicht Ihnen eine präzise Steuerung der Temperatur, der Backzeit und anderer Funktionen des Ofens. Das letzte Modell ist ein hochmoderner Einbau-Backofen, der Ihren kulinarischen Fähigkeiten einen neuen Glanz verleiht. Mit einem großfügigen Garraumvolumen von 76 Litern bietet er ausreichend Platz, um große Mengen an Speisen gleichzeitig zuzubereiten. Egal, ob Sie für eine große Familie kochen oder gerne Gäste bewirten, dieser Backofen erfüllt Ihre Anforderungen mühlos. Mit einer maximalen Temperatur von 250 Grad Celsius können Sie Ihre Gerichte präzise garen und Ihnen eine perfekte goldbraune Kruste verleihen. Die Energieeffizienzklasse A+, gewährleistet nicht nur optimale Leistung, sondern auch einen sparsamen Energieverbrauch, der die Umwelt schont und Ihre Stromrechnung senkt. Die Bedienung des Backofens ist sowohl einfach als auch intuitiv. Sie können zwischen den praktischen Drehreglern und dem Touchscreen wählen, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit diesen Bedienelementen haben Sie die volle Kontrolle über die Temperatur, die Backzeit und andere Funktionen des Ofens. Mit dem Gerät erhalten Sie einen Backofen, der nicht nur leistungsstark und energieeffizient ist, sondern auch über fortschrittliche Reinigungsmöglichkeiten verfügt. Dieser Backofen wird Ihnen helfen, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten und gleichzeitig die Pflege und Wartung zu erleichtern. Er ist eine perfekte Ergänzung für Ihre moderne Küche und wird Ihnen Freude beim Kochen und Backen bereiten. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten Backöfen von Samsung. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls Sie mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.